Große Sorgen um Nadel, in Hamburg spielten sich jetzt dramatische Szenen ab. Warum hilft ihr niemand? Bei einer wilden Party in der Hansestadt greift Nadia Abdel-Farag angeblich wieder zum Alkohol. Und das, obwohl hochprozentiges Lebens gefährlich für sie ist. Nadel, wie geht es ihr wirklich? Lange war sie abgetaucht, nun zeigte Nadel sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Ausgerechnet bei einem Event, auf dem der Alkohol in Strömen fließt, beim Hamburger Schlagermuff versammelten sich viele Spaßkanonen zum feuchtfröhlichen Schunkeln, darunter etliche prominente Gesichter. Millionär Andreas Ellermann schworfte mit Claudia Obert, 62, Verena Kehrt, 42, und einigen anderen auf dem Partytrack der Bild-Zeitung. Auch Nadel war dabei. Sie stand völlig neben sich, rauchte Kette und trank einen Dächer nach dem anderen. Verrät ein Partygast im Gespräch mit Kloser. Zum Schluss konnte sie kaum noch stehen und hat sich sogar noch die Brötchen vom Buffet heimlich eingepackt. Sie machte wirklich einen sehr schlechten Eindruck. Trauriges Fazit des Augenzeugen, jeder hat zugesehen, aber keiner hat eingegriffen. Dieser Absturz ist einfach nur tragisch.